Oh du bist auf... Alter wie du geflogen bist ey! Ach wir haben 10 Münzen verloren, ne? Ja. Könnt man in der Fresse hauen, ne? Könnt man in der Fresse hauen. Ja. Die holen sie, ne? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Heroes of the Storm mit dem guten BA. Yes. Und meiner Wenigkeit, dem Fiege, Junge. Fiege. Ey, ich muss... Ich weiß gar nicht wie ich Skill jetzt. Ich hab vergessen das aufzumachen. Oh. Also das erste wusste ich noch, aber... Ja dann, wenn nicht, mach nur eben. Ach, jetzt hab ich ver... Oh nein. Ah, schon verknallt. So, hier gehts wieder drum. Schön Dublon wiederholen. Wo sind denn hier unsere Diener? Gib den Befehl. Silvanas. Ich bin hier wieder mit am Start. Lou ist wieder mit Sonja am Start. Sonja! Oh, Asmodan ist da. Ja, ey. Oh, ich kämpfe jetzt einfach. Scheiß drauf. Ah, haut ab. Fette Hund. Ja, pfff. Was soll man machen? Das stimmt ja auch gleich sonst. Aber Schätze... Gehen wir mal Schätze an hier holen. Ich find's jetzt nicht mehr rechtzeitig, äh... Egal. Das ist natürlich mies. Oh nein! Hat er... Oh Gott. Ja, einer hat er... Ne. Doch. Einer hat er geholt. Dann holen wir uns jetzt von ihm. Shit. Ich hasse diese Fähigkeit von dem so, ne. Natürlich. Ich kann mich auf so'n Scheiß hier nicht, äh... Einlassen. Ich muss hier schön... Diener und Gebäudeschaden machen. Man, die soll mal Gas geben hier. Komm, mach mal hier. Mach mal, dass ich einen Turm nicht schießen kann. Einen Turm nicht schießen kann? Ich kann keine Dings machen, das hätte ich scalen müssen. Ich habe was anderes gescaled. Ich glaube, wenn er auf den Turm schießt, dann kann er ja nicht schießen. Ja, dann ist er schon längst dann aktiviert. Ja, er schießt gerade nicht. Hups. Oh, weg. Nein, niemals zurück! Okay, jetzt. Oh nein, Bewegungsunfähig. Daaa... Pam, 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 pam. Oh. Ah, hier, der Schwerverwundet. 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 Ach, guck mal, nice. So. Jetzt bin ich erstmal zurück. Na ja, was machen wir jetzt hier? Die sind ja ganz schön stark, ey. Ah, das ist jetzt nicht ganz so mein Kampfstil hier jetzt. Ich versuche mal ein bisschen hier Trouble zu machen, aber... Ne, an Strahl komme ich jetzt nicht mehr ran. Scheinen. Ja, gehen wir mal ein paar Münzen holen, oder? Ah. Du Blonenlager. Es ist so. Ah, pam, 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 pam. Ah, zack, das erste Blonenlager habe ich schon mal gewohlt. Zack. Perfekt. Gib ab, dann schießen die. Na, wollen wir mal. Zum ersten Mal Kanonenballern! Ah. Ja, weil... Gehs... Sag ich eben schon mal das andere Dubonenlager einfach holen. Ah, ich muss die eben ein bisschen ablenken. Oh ja, mach du das mal. Oder mich zurückziehen. Ja, ich komme mal zu dir. Oh ja, die kommen zu uns. Asmodan ist auch da. Der jetzt erstmal zurückgedrängt. Puh, bewegungsunfähig. Nicht so geil. Unsere Tüme haben sie trotzdem gleich. Ja. Ah, komm. Asmodan noch mal ein bisschen Schaden drücken hier. Ah, verdammt, äh. Der Brunnen muss weg da, ey. Wenn der nicht da, dann wäre ich schon am Arsch. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. So, ich guck, wie in die Pfiff uns jetzt. Ja, holen wir jetzt den Brunnen. Oh, der Brunnen ist weg. Nein! Oh, wie fail. Der Turm auch. Kommt das ja auch mal dran. Ah, der Turm muss weg. Bring mich um. Ah, der Turm ist weg. Mir die Pfiff ist weg. Weiß mehr, egal. Truhen. Truhen. mensch da können wir jetzt schon eigentlich wieder ballern wenn alle abgeben ist natürlich mega nice was wir sollten einnehmen aber ins lager links das oben bei uns na hier ach das ist doch ach so ihr belagerung scamp der ist weg das nächste auch noch da gegenüber direkt die man das auch noch holen krass ich komme gerade so falls wir doch gerade erst geschossen haben jetzt ist das schon wieder weg traurig und tag aufsitzen auch scheiße nein da kommen wir nicht mehr dran egal weil ich werde immer ein bisschen supporten auch immer auf mich das ding ist leer sehr schön sehr schön sehr schön weg 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 nein scheiße automatischer angriff hat mich doch noch gekillt er traurig aber du bist auf alter wie du geflogen bist wir haben 10 münzen verloren ja ich könnte mir in der fresse hauen ich könnte mir in der fresse hauen ja ich holen sie na schön jetzt wird ein video ab 18 gemacht weil ich holen sie ja jetzt werden sie kai kai sind die japaner gegen die wir spielen kai bald kommt das neue dragonball film habe ich gehört da kommt auch die deutschen kinos hier echt aber aber nicht gegen freezer kämpfen aber nicht dieser wieder hier wir machen mit echten schauspielern oder nein resurrection f gegen freezer kämpfen und so vorwärts ok ja gut dann habe ich nichts gesagt weil das war ja also ich habe der film nicht geguckt aber das sah schon mega scheiße aus ich gar nicht hier hin kommen brauchen ja weiß ich nicht kommen die hier unten schon wieder boah alter keine chance keine chance immer verpiss dich immer oh nein warum sind das denn alle keine ahnung warum greifen sie nicht oben ein mal erst mal hier erst mal hier der ganze scheiß hier weg ist fest und zerstört die gehen jetzt ab die schweine ja teilweise äh 2 erhol ich mir jetzt noch scheiße schau ich nicht oh fuck fuck boah ah zack guldan äh boah nein nein äh kannst knicken man nein so ein scheiß ey nö hau ab weg 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 hau 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 wie viele Münzen haben wir denn ich geb mal ab eben ah es reicht hau 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 oh ist da oben trouble bin schon da hau 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 das guckt ihr so das macht Spaß ja hau sie noch gekriegt schön wahrlich gut gekämpft oh die haben Söldner geholt äh äh will ich mal gucken oh alter die kommen alle hier unten hin o-o dass er weg alles klar scheiße ich komm an sonja nicht mehr dran ärgerlich wie mit schießen schon wieder vorbei hat ne scheiße auch wenn ihr die festung eingenommen guldan der sucker no gott das ist der brunnen dran glauben jawohl brunnen ist auch down weg 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 mann nein schwuchtelviecher so jetzt komm ja wie du den fetten da erstmal weggeschoben hast da ist auch weg oh schalte ja der geht noch drauf nein doch sonja sonja ich weiß jetzt kommt ab oh nein voll verkackt ja ich kann auch mal zurück hohe stein jetzt hat auch keiner mehr bock äh links zu holen kanonen halt hier kommen alle jetzt mit ruhestein na komm dann geh ich die truhe mal holen hier naja kann abgeben viel hat der stral 7 naja jetzt kommt er auch nur zum abgeben machen wir so ich glaube aufgeben oh wie viel hast du denn ja reicht naja gucken wir mal was der der unten macht der stral den holen wir uns jetzt den ficker da nein kriegt der echt nur die kurve oh lol war es jetzt der die kanonen ja ach wie traurig ah so schön boah alter das war ja keine gute runde von mir das war keine gute runde die minge hat am meisten schaden gemacht Wir hängen direkt noch eine dran Ja, okay Ich überlege Ach komm, heute ist Sylvanas Day Sylvanas Day ist kein Gay Day Boah, der war schlecht Ja Schon wieder gut warm hier Ne, bei mir nicht Echt? Ja, du hast auch fliegen getan davor Die Lampen hier, die heizen mega auf Ich hab keins davor Wir haben jetzt 28,7 Grad bei mir Ich rutsche so eine scheiß Spinne hier Echt? Ja, ich hab so gelernt Und dann guck ich so an die Decke Und auf einmal denkst, was krabbelt denn da? War noch ne junge, niedliche Aber ich musste sie leider töten Da hab ich sie nicht erwischt Dann krabbel ich sie woanders lang Da konnte ich auch mega nicht hinschlagen Dann hab ich so Sagotan drauf gesprüht Dann dachte ich soll dies tun und man krabbelt die so weiter Schon nein Ich sprühe, sprühe, sprühe und die immer noch so am Lauf Ich so, da gibt's doch nicht Ey, das muss doch mega brennen für so ein kleines Viech Nicht so Sagotan, alter Ja, eigentlich ja, und dann? Da hab ich auf einmal gesehen Hey, da liegt ein Messer und hab ich mit dem Messer drauf geschlagen Nicht geschnitten Also mit der anderen Seite Oh man Dann war sie tot Ich möchte auch kein Tier quälen Deswegen möchte ich eigentlich das Tier schnell hinter sich bringen Genau, deswegen hast du es zuerst auf den Sagotan eingespült Ja, weil es an der Ecke war, wo ich nicht drankam Mit der Faust Ich hau mit der Faust drauf, hau mit der Faust drauf Ich hab gewusst, dass das kommt Hehehe Ah Tja Ich würd sie auch befreien und nach draußen bringen, aber Kann sich ja vergessen, in meinem Zimmer einen Moment Einen Moment nicht aufgepasst, ist sie weg für immer Ist sie in irgendeiner Ritze verschwunden, dann siehst du die nie wieder bei dem ganzen Kram Ja, und die so Goodbye Oh nooo Ja, nachts krabbelst du dann in deinem Mund Ja genau In dein Mund und nistet sich dann schön ein Hm, dann sehe ich auch was wie der hier, wie dieser Look Wie der heißt Waaah Okay, die Map ist wahrscheinlich für mich schon mal besser Ich geh aber mal nach oben Unten ist schon einer Ich will Diener und Gebäudeschaden Diesmal wieder richtig krass machen Flacht beginnt in Vorwärts Ja, dann muss ich mir ja jetzt Uh, du kannst es auch Obwohl ich nicht so ne gute Maus habe Ja, das stimmt So ne Logitech 5 Euro Maus Ähm 5 Euro Logitech Maus Ja, musst du die Dings hier holen, die ich je gezeigt habe letztens bei Mediamarkt Ja, der Bestruder war die ist mir runtergefallen, leider Runtergefallen? Hm? Dann war die kaputt Ja, der Laser ging nicht mehr genau Und das ist immer scheiße, wenn der dann so nachfassen muss Weißt du, dann immer wieder hoch Echt, was war das denn, Vereine? Auch von Logitech, oder? Ja Aber nicht die blaue, oder? Ne, die blaue Die geht noch Obwohl ich es ja bei Nach dieser Fußballmanager-Niederlage ging Ich weiß gar nicht mehr Wie hoch hattest du eigentlich verloren? Oder was war das eigentlich? So ein Gegentor oder so Oder Elfmeterschießen wieder verloren? Ich weiß es nicht Ach ne, jetzt machst du mit dem Erfmeterschießen Boah, das war das bitter, ey Das hätte ich nie vergessen Das war so traurig Oh fuck Er ist gewinnig gegen wen war das? Nürnberg glaube ich, ne? Ja Boah, das war echt bitter, ey Ja, dann muss ich mir wie gesagt Silvanas ja jetzt verkaufen Für Geld, natürlich Äh, für, genau Und meine Währung heißt dann natürlich Gold Gibt es bei Hearthstone die Karte Silvanas auch? Ja klar, hab ich Echt? Ist sie gut oder eher nicht so? Geil, ja, für natürlich noch ein bisschen öfters zu finden Aber Hat den Effekt Also 5,5er Und sie stirbt, dann übernimmst du Anzuverliegen, fall ich ins Monster Ja, 5,4 ist ja jetzt auch nicht 5,5 ist ja jetzt aber auch nicht so, Burner Nö, weil der Sinn ist halt, du, du, den fallst nicht als Monster übernimmt Die arme Silvanas, ey Das sind Feinde, die sehen Wir versuchen immer möglich, dass man dann kein Gegner auf Also auch kein eigenes Monster auf der Seite hat Aber sonst ist das natürlich ein Problem Allerdings Ah, was wollt ihr? Der kriegt auf die Fresse Ihr macht das da mal, ne? Ja Weil ich rush dann mal hier ein bisschen jetzt mal durch So Mehr oder weniger Oh, fuck, oh, fuck Ah, das hätte ich mir, glaub ich, sparen können Ah, jetzt kommt Mehdi, jetzt kann ich mich zurückziehen Ja, klar, ey Oh, fuck, die sind mit allen hier Wo? Mitte? Ja Ja, ich komm Ich bin da, aber ich bin gleich tot, also gibt's hier einen Brunnen? Ja, ich bin da dran Einen hab ich gekillt Ja, jetzt können wir hier mal ein bisschen killen, Lungs Ja, jetzt können wir hier mal ein bisschen killen, Lungs Ein bisschen killing Spree hier Auf geht's Mörser bestrafen Mösen bestrafen Mösen bestrafen Mösen bestrafen, genau Kommst du hin, äh, bam, direkt dann vor die Möse Boah, was war das denn? Oh, gleich, ich dachte Och, langweilend MEGA KILL Da kann man wieder Och, toll, ist richtig ne Motto rum, ey, ich hab auch keine Ruhe heute Ne Ja, ich bin hier leben lassen, die hat jetzt die Motto sich geschnaschen Ein besser wär's, ja Die Motto, die fliegt mir aber nachts nicht im Mund Also glaub ich zumindest Weißt du ja nicht, vielleicht ja doch Ja, da sind die Lost Vikings Geil Geil Kommt, Leute Ah, da bräuchte ich jetzt niemanden Megakill, Junge Geil Boah, Alter, wie wir hier durchgerusht sind jetzt Also, Brunnen ist auch weg Oh Mann Da, komm, bam, 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 bam Bitte Oh Ne, ne Wie, ne, ne Na, ich meinte meine... was? Ne, ist egal, morgen Boah, Alter Schwede jetzt hier, der muss doch auch noch dran glauben Ah, der ist auch noch tot Alter Schwede, ey Alle gekillt Äh, komm, wir uns erst mal zurückziehen, ne Scheiße, ist der noch vorher weggekommen Ach, kacke Da war ich mal eine heroische Fähigkeit verschwendet So ein Müll, ey Komm, den Schönen, den machen wir jetzt platt Nö Oder auch nicht ich geh weg Nein Sollte auch weggehen Boah, Alter, hast du Glück Ich hab kein glück, vergiftet Jo Nein Wie Eine kleine Bitch, ey Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, der Chen, der Chen, der Chen, der killt dich auch noch, der killt dich auch noch Nein Der ist so ein Assi, ne, wenn du wegläufst, da kann er immer diesen, dann sprintet der so nach vorne und boxt dich Ah, der hat mich echt nur gekriegt, das ist die ganze Zeit gemacht Oh no, ey Oh, oh, ist wieder Tempel Tatsache Oh, wie ärgerlich, ey Ach man, ey Das zackt echt Wer muss sich denn jetzt zurückziehen? Boah, jetzt schnappt euch den Fall statt Ah, kein Ding, ey Boah, Alter, dreimal Megakill hatten wir jetzt schon Oder wie oft Ja Krasse Scheiße, ey Oh, wir haben hier noch mal ein bisschen Gebäudeschaden ab ah zack oh er wird sterben wer wird sterben hier kommt der Turm kann nicht angreifen nein der Shadow konnte sich gerade noch retten der Penner wer die Gifttuss hier weg Lunara ich hasse sie so also wenn du die selbst im Team hast geil was geht das wieder los hier alter wie ärgerlich der Megakill wieder geworden nein ich will nicht hier sterben hier in die Mobmenge stellen opa die alle kommen ja hat doch gereicht egal ich hatte auch nur noch 67 mana ich danke euch sterblicher kein Ding junge ja gerne geschehen sehr nice warte auf das Spielergebnis hä oh sieht schon wieder nicht gut aus das gibt es doch nicht alter abertur 100.000 was soll das denn sein ich verstehe es nicht richtig richtig das hat den meisten der hat kaum kills gehabt ja aber tu boah Keltas alter 22 kills wie hat er das denn gemacht wo war der gute frage ey guck mal hier 26 kill ist jetzt ich bin nur dritter gut mit 22 kill ist jetzt dritter zu sein schon bitter aber gut ist das dann halt ok gut wir sind raus wir bedanken uns fürs zuschauen bis zur nächsten Folge haut rein